Cheerio meine Freunde, alles klar, willkommen zur Pokémon Soul Link. Oh wunderbar, mit mir, dem Addon und dem Pelepop. Los geht's Freunde, non stop. Ah, meine Ohren. Hallihallo. Das war echt nicht schlecht. Okay, ich wusste, dass ihr kommen würdet. Vor drei Jahren sah ich euch in einer Vision. Ihr wollt meinen Orden haben. Ich habe keine Freude am Kämpfen, aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu geben, die sich erzwürdig erweisen. Da ihr es wünscht, werde ich euch meine psychischen Kräfte zeigen. Ohne Umwege hier. Ich fände es viel lustiger, wenn es dafür den Orden gibt, weil sie sagt, ich habe gesehen, dass ihr mich besiegen werdet. Oh, Scaraborn. Jugong, gut, dass ich Britze vorne habe. Wollte gerade sagen, muss aufpassen. Ja, aber ich... Donnerblitz und das Thema ist, glaube ich, durch. Ihr seht bei mir einen ungewöhnlichen X-Bud-Sprite. Liegt einfach daran, dass ich wirklich Goldbad jetzt mal rübergetasert habe. Ernsthaft? Hast du einfach X-Bud über Goldbad geklebt? Ja, ich muss den ganzen Rahmen nochmal neu machen, das wäre ein bisschen doof, noch ein Part. Außerdem sind wir heute ein bisschen... Wir müssen ja aufnehmen. Oh, Quaffung. Hoffentlich kann das kein Eishieb. Warum? Na ja, ich habe X-Bud vorne. Das ist, glaube ich, ihr Signature auch. Bei dir? Ja. Na, Hypnose. Die hatte bei mir auch einen Quappo, das ist gruselig. Level 48, das war bestimmt der Simsala-Ersatz. Ich sehe gerade, dass mein Minztee Fußkick kann. Und da habe ich nur einen Fußkick beigebracht. Die hat Jugong, Quaxo und Quappo. Interessant. Äh, was war jetzt mit Fußkick? Äh, mein Minztee, also mein X-Bud kann einen Fußkick. Boah, das musst du auf Screen gemacht haben. Davon weiß ich nichts. Ja, ich glaube, ich... Aber wir haben auch schon länger nicht aufgenommen. Ich habe meine TMs ja irgendwie verkauft gehabt und habe dann geguckt, will ich nicht, was wir noch beibringen oder so, glaube ich. Ja, da war ja bei mir wieder der totale Reinfall, ne? Ich habe übrigens gewonnen. Ähm, der totale Reinfall im Kaufhaus. Ich habe keine vernünftigen TMs gehabt. Oh, ist ja langweilig hier, sorry. Jetzt zwei mal Quappo. Das ist echt langweilig. Ja, ihr 46er war Quappo und ihr Signature ist auch ein Quappo. Ja. Komm, ey, bei Kampf-Pokémon hast du ja wohl noch O's-Wahl gehabt, ne? Was schickt sie hier rein? Skarabon ist natürlich cool. Also, Skarabon hätte ich auch immer gerne in der Soulling, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Boah. Ach, kommt bestimmt alles noch. Vielleicht der nächste Soulling, aber da ist ja ein bisschen was anderes geplant. Oh, spannend. Also, ich sehe uns schon in einer richtig beschissenen Training-Session vom Silberberg. Oh, definitiv. Müssen wir mal gucken, wie weit wir dann trainieren oder so. Der ist auch Level 80, ne? Pikachu-Celeb. 81 ist das, glaube ich, das Pikachu auf 81 oder so. Oh, ja, das... Ich glaube, es ist zumindest notiert. Den Kampf-Tag haben wir hier weggebrückt? Ja, Rode ist auf 81. Der Sumpf-Orden ist aktiviert, eure unterbewussten Kräfte. Obwohl ich nicht in der Lage war, eure Stärke vorauszusehen, weiß ich das ganz sicher. Ihr werdet ein gefeierter und beliebter Champ werden. So, doch schon. Und wieder keine TM. Oh, der arme Herr. Das ist Erika ja wenigstens mal freundlicher gewesen. So. Ja, passiert, ne? Jetzt geht erstmal der Weg nach draußen wieder. Keine Ahnung, ich versuche gerade den Weg rauszufinden. Ja, ich bin auch dabei. So, ich glaube, ich habe ihn. Fertig. Nein, verdammt. Rechts unten, also wenn du rechts unten Kästchen bist, den rechten unteren Porter. So, dann fliege ich jetzt erst mal Dings nach Prismania City, um mich zu heilen. Ja. Und dann geht's auf die Route. Das ist ja der Hammer, ne? Auf dem Weg nach... Ja. Prismania City. Wie wollen wir das annehmen? Wir müssen noch mal nach Moria City, ne? Das geht ja durch den Diktatunnel. Und dann kommt ja im Silberberg auch noch Silver. Du meinst im Mondberg. Im Mondberg, ja. Ja, wir müssen eben mal zum Mondberg gehen und den durchkämmen. Dann fliegen wir nach Moria zurück und gehen dann Richtung Süden. Gut. So. Ich glaube, Blau können wir erst besiegen, wenn wir Pyro besiegen, wenn wir alle anderen Orden haben, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Er akzeptiert ja uns nicht als Gegner. Kämpfen wir mal eine Runde mit Fruchtigern. Radweg hatten wir ja schon den Pokémon gefangen, ne? Wir waren ja so gierig. Aber unten darf ich noch nicht. Ja, wir dürfen unten noch. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Trainer kommen. Ich fahre jetzt erst mal links rum, da ist auch direkt einer. Du bist aus Joto? Nö. Ja, genau. Ich bin aus Joto. Und jetzt macht ihr auf eine Abreibung gefasst. Ich bin aus Joto City. Wut? Alter. Jetzt schmeißt du erst mal ein Seedraking um die Ohren. So rührt sich das. Das hat trotzdem keine Chance, aber erst mal so. Okay. Voll mit Silberblick. Er wird wahrscheinlich Macho-Mai-Sly-Mock oder so gehabt haben oder Smog-Mock. Ich kann gerade sagen, ich habe jetzt Garabond vor mir und ich habe Puppi da vorne. Das ist aber nicht schön. Bin ich jetzt blind? Welche Ohren fehlt denn noch? Der achte, siebte? Ja klar, doch, richtig. Ich habe gerade so auf meine Dings geguckt, auf meine Ohrenleiste und habe so gehört, hä, was fehlt denn da? Aber gleich kriegen wir ja erst mal den... Du hast die wahrscheinlich nicht in der üblichen Reihenfolge aufgelistet unten, ne? Doch, ich habe Quell-Orden, Zweite, dann Donner-Orden, Farb-Orden. Ah, okay, hast du das gemacht. Sumpf-Orden. Der Sumpf-Orden kommt ja noch ein weiter rechts, der Seelen-Orden kommt ja davor. Ja, das ist immer so ein Hin- und Her-Gewechsel. Hör mal auf Ausdauer zu machen, ich will dich hier wegputzen, Kollege, geh weg. Das funktioniert doch nicht. Ich weiß, aber er ist halt ein Sprungkick ins Gesicht, ins Garabonds-Gesicht. Aber wir haben dann auch alle Routen so trainertechnisch dann auch abgegrast, ne? Und wir dann auch auf der rechten Seite die Routen hoch wieder nach Lavandier und Oran, jetzt ihr die Routen da hoch, das war es aber auch dann. Und dann gucken, ob auf den Wasserrouten noch was finden. Da ist ja eigentlich nicht mehr viel trainertechnisch, ne? Ja, das sind aber auch irgendwie nur Witz, muss man sagen, die sind so schwach hier, das ist ein Witz. Ja, es gibt halt ein paar IP, ne? Das ist halt alles. Hector, mit Ammonitas. Aber besser die IPs mitnehmen, als sie nicht kriegen, ne? Sag, was habt ihr denn alle gegen Pupita gerade? Ich kann nicht mit Pupita kämpfen, weil die alle hier mit Pokémon kommen, die Pupita total fertig machen. Oh, ich hab grad einfach Milka vorne und geh mit Schlitzer durch oder Surfer, je nachdem, was der Gegner so hat. So, Megasauger. Kann das sein, dass die ganze Route vielleicht typspezifisch ist? Nee. Eigentlich nicht, ne? Nee, ich hab nämlich jetzt auch Wassergestein und eben hatte ich Kampfkäfer. Achso, okay, ich hab nicht ganz drauf geachtet, deswegen. Weil ich jetzt schon wieder Wasserpuppen vor mir hatte und vorhin das Seedraking hatte. Oh, willst du mich verarschen? Aber auf damit! Kontert mich hier voll aus. Jetzt hab ich ein Aerodactyl vor mir. Okay. Kann Forst das nicht drin lassen, weil, ja, Antikroft kommt. Ja, gut. Nebulark, hi. Die Überreste, yay. Jetzt hab ich auch mal den Genuss und nicht nur Pilopop. Ja, bei mir tragen ja irgendwie drei Pokémon oder so im Team Überreste. Weil ich keine andere, ja, weil ich hab aber auch keine anderen Items für die, weißt du? Das ist das andere Problem. Das ist auch ein wunderschönes Item. Ja, aber nicht für jedes Pokémon sinnvoll. Ich muss mich da an den, äh, der Poké-Poké-Poké-Tuber-Rigibäne erinnern. Der Bacta, das war erstmal, wenn er das macht, farmt er das und packt das auf alle sechs Pokémon drauf. Ja, gut. Ich hab ein Geo-Was vor mir. Im normalen Spielverlauf ist das auch ganz cool eigentlich, weißt du? Ein Pokémon, was wir beide nie haben sollten. Ja, ja, ja. Dein Kleinschon des Weckers. Ach komm, wir haben eigentlich coole Pokémon. Wobei ich drei Starter hab, ne? Ich hab ja Empegator, ich hab Megani und ich hab Glura. Ja. War was anderes als deinen ganzen Evolis. Hä? War was anderes als deinen ganzen Evolis. Ja, das war die letzte Runde in Kyoto. Also entweder hab ich Evolis oder Starter, ne? So. Ich geh jetzt erstmal links lang, so. Links bin ich fertig, jetzt geh ich rechts hoch. Ich glaub, ich flieg und lass mich runterrollen. Blöldöldöldöldö. Nichts, 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 nichts. Nüchs! Ah, da ist einer. Bist du ganz rechts den Weg or den mittleren? Ich bin ganz rechts. Ich bin links runtergefahren, jetzt bleib ich rechts hoch. Ich flieg jetzt nach Pismania City mit, äh, Zarzenia. Mit dem Düsenszettantrieb. Was? Können die damit aufhören? Ich hab schon wieder ein Scarabon vor mir. Gut, dann fahre ich jetzt den Mittelweg runter, damit ich da einmal abchecke, aber ich glaube, hier war nichts. Der war ja nur als zusätzlicher Flug möglich. Ja, dann ist dann rechts, dann fliege ich nochmal zurück, weil das ist deutlich angenehmer als hochfahren. Doch, es geht. Ich bin ja gleich fertig. Ich würde nur mal gerne den Fruchttiger zusammen trainieren. Das war Pupita, ne? Nee, das war Pupita. Fruchttiger ist Pupita, ne? Das geht aber nicht, wenn sie mir einen Counter entgegenschmeißen. Sichloa. Hallo Sichloa. Fliegen ist eigentlich eine perfekte Attacke für Papunga, fällt mir auf. Ja, Step-Angriff. Kannst du malerweise nicht mehr. Das ist sehr, sehr praktisch. Das kann, glaube ich, eigentlich nur später irgendwann mal. Was war das denn? Akrobatik. Wie heißt die Attacke nochmal? Akrobatik, genau. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin. Akrobatik ist irgendwie so eine ganz komische Attacke. Na klar, mit Flugjuwel, perfekt. So, ich bin durch. Ja, ich habe gerade ein Seelracking vor mir. Mit Flugjuwel verbraucht es, dann hat es kein Item mehr. Und dann Akrobatik. Knippelhart. Ja. So, den letzten Trainer hier unten noch. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Zeig mir mal, was du Bucken oder du Held. Ach, verdammt, falsche Attacke. Oh, er ist voll der Held. Hat Lillian erstmal. Aber ich würde mich nicht beschweren, jetzt kann ich in die Pupita einsetzen. Ich wollte gerade mal sagen, so ein Vierfachstein am Griff, ne? Ja, Steinhagel. Knirscher kann es auch schon. Ja, ja, es fehlt nur das Erdbeben auf 56. Was muss ich, was muss ich... Leider hinterher als Despoter kein Step mehr. Das ist echt schade. Aber dafür ist der Knirscher-Step. Ja. Was dir nichts bringt, weil der hier noch speziell ist. Da muss mein fruchtiger Halt-Ruckzuck-Keep verleeren. Oder was ich kann, nur fertig zu sagen. Bin ich echt fertig? Ich sehe auch niemand mehr dazwischen. Ne, nur unten. Ganz unten. Ja, den habe ich ja schon. Ich stelle mir das episch wo. Pupita mit Ruckzuck-Keep. Pupita mit Ruckzuck-Keep? Ja, das wäre irgendwie voll episch. Ich habe es ja. Mein Pupita kann ja Ruckzuck-Keep. Ach so. Pupita mit Ruckzuck-Keep. Ach ja. Tschüss, Fridolin. Und dann gehen wir ein Pokémon fangen. Ich habe einen Vogelfänger mit Sazenia. Passt ja, ne? Ist ja so leicht. Wenn ich an meinen Sazenia denke, dass fliegen kann, passt das auf jeden Fall. Hier können wir noch fangen, ne? Ja. Ja, aber ich muss gucken erst, welche Route das ist. Ich wollte sagen, da oben den Trainer habe ich jetzt mal getriggert. Ja, den Vogelfänger. Gegen den ich auch gerade kämpfe, wahrscheinlich. Das ist Vogelfänger Aegon. Kann sein, dass der Aegon ist. Mit Dragonia. Naja, Dragoran wird zum Flugtyp. Also gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Ja. Wenn man es genau nimmt. Das kann zum Glück noch kein Nassschweif hier. So, das ist jetzt. Mal eben auf die Karte gucken. Nicht, dass ich was Falsches sage. Obwohl, es ist eine 4-Gen-Attacke, ne? Route 18. Äh, Nassschweif, ja. Es ist eine physische 4-Gen, also von... Ah, wie ist das Ding noch mal? Egal. Ich gehe mir zum Pokémon anfangen. Ich wollte gerade sagen. An diese Pokémon-Melodie werde ich mich nicht gewöhnen. Hey, das hat, glaube ich, keiner von uns. So, mal sehen, ob du mir das diesmal tötest. Hä? Ich habe Magma vor mir. Achso, ich habe einen Schlurp jetzt, ne? Oh, das musst du dem Typen oben zeigen, über Azurias City. Stopp! So, Hyperball los. Magma wurde gefangen. Glückwunsch. Yeah! Ich muss Trägen-Pokébälle kaufen. Ich habe ein Feuer. Pilipop hasst kalte Orte. Um es für sich angenehmer zu gestalten, erwärmt Pilipop seine Umgebung mit seinem Atem. Ja, gut. Das hat ein... Oh Gott! Das hat ein Dings-Sprite hier. Ein paar Timos-Sprite. Adams Zunge ist mit klebrigem Speichel bedeckt. Der überall haftet. Dies ist sehr nützlich. Je. Jetzt gib mir das Namen raten. Das ist so toll. Nesquik. Nesquik. Ja, Nesquik-Kakao. Ich muss gerade nachdenken. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir den nicht schon hatten, aber ist auch egal. Mittlerweile. Du bist so Krüger. Es gibt den Krüger-Kaffee. Ich weiß. Ich muss den Krüger haben. Deswegen musste ich gerade so lachen. Aber Schlurp ist recht gut. Also er hat einen extremen Angriff, ne? Ja, aber... Ja, ich will jetzt nichts austauschen. Also mein Team... Ich mag mein Team jetzt so. Ich wollte gerade sagen... Aber zur Not, falls mir wieder mal irgendwas hops geht oder so. Ja, falls mir wieder was hops geht. Aber ich glaube, momentan haben wir keine Pokémon, die so einfach hops gehen. Hätte ich mal ein Feuer-Pokémon, kannst du es gleich wieder killen. Miii-Miii-Miii-Miii-Miii-Miii-Miii. Hallo, Botogiel. Von dem Trainer oder... Flugelfänger. Perfekt. Vielleicht hat er auch Eis-Pokémon, ne? Das passt ja. Ja, aber Botogiel, Level 30, da habe ich jetzt nicht mehr so wirklich die Angst vor. Oh, Nebulak passt mir jetzt irgendwie nicht. Ja, komm, Rasierblatt. Das trifft wenigstens. Oh ne, das ist aber unschön. Das ist aber jetzt mal Design. Was denn? Yuko. Vielleicht auch noch der hat Eis. Warum nicht zu ärgern? Vio Limo mal wieder. Boah, die werden hier auch schwächer, ne? Hier hat das Gefühl. Obwohl, so 32 passt ja eigentlich noch. So, Vio Limo, jetzt setzen wir Flügelschlag ein. Ach ja. Quacks, wo mit Flügelschlag. Ich bin mal gespannt, was wir hier unten für eine Arena erreichen. Oh, Gengar. Gengar. Aber den Eisstrahl hat er die letzte Folge gefunden, ne? Du, Eisstrahl, irgendwas war da, ja. Weil Vio Limo kann ja Eisstrahl, wie sehe ich gerade. Nicht letzte, davor, die letzte ist ja schon wieder am Kasten, ne? Vor 10, 100 Jahren. Ja, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, sagen wir es so. Und schon wieder ein Botogil. So. Boah, das war jetzt auch relativ entspannt. Ja, jetzt gehen wir Pokémon heute. Wollen wir nicht in die Safari-Zone noch gehen? Können wir nicht, die Zoo. Warum? Können hier aber, glaube ich, vom Wasser angeln. Oben. Das hat ein rosa Dach. Die Arena hat rosa, die haben ja rosa Dächer hier. Ja. Und die sind voll übergemalt. Zanet City. Die haben ja voll die Ränder übergemalt. Oh. Das solltest du die Alp gewöhnen, Kollege. Oh. Ist das Wasser jetzt freizugänglich von der Seite? Ja, sehr gut. Da können wir dann erstmal angeln. Sind da nicht auch noch Träner? Hier in der Stadt nicht. Hallo, wie komme ich denn da hin? Ich komme nicht ans Wasser. Ich muss um die Gebäude rumfahren. Achso, oben in der Stadt. Achso, ich bin jetzt unten an den Strand gegangen. Da stehen nur zwei Typen. Dupes. Ich habe gerade einen Pixie gefunden. Das ist aber Dupes. Pixie. Machen wir mal kurz. Pixie will ich auch nicht unbedingt fangen, weil das Problem ist, dass Pixie dann auch... Hab ich die normale Angel nicht? Doch, da oben. Das Problem bei Pixie ist dann die... Das lernt nichts mehr, da es schon entwickelt ist. Versuchen wir jetzt mal mit der Angel. Ansonsten surfe ich danach. Ich surfe. Ich spring gleich auf mein Violo mal drauf. So. Und da sogar das erste Pokémon. Auch Dupes. Dodri. Dupes. Bodo. Ich surfe jetzt. Ich surfe jetzt nochmal. Das zweite ist... Wenn es nochmal ein Dulu ist, dann angel ich. Also jetzt muss ja nochmal was anderes kommen. Ich habe ja schon zweimal geangelt. Dupes. Nidoran weiblich. Ist auch Dupes. Fang ich aber, weil wir es nicht mehr haben. Und zwar Hypno. So, ich angel jetzt. Ähm. Das kann ich nicht schwächen. Muss auf gut Glück werfen. Das ist mein Problem gerade. Nicht mal angeknabbert. Aber zwölf. Nicht mal angeknabbert. Ich glaube, das wird nichts, Adam. Aber ich werde es jetzt angreifen. Mit Säure. Säure ist ja nicht so stark und nicht sehr effektiv gegen Psycho. Was? Doch. Das ist Gift. Das ist neutral. Okay. Dann habe ich das falsch auf dem Schirm gehabt. Dann ist es jetzt eh erledigt. Ja. Und das Pokémon. Hier reiße ich mich auch nicht. Was war anders? Das letzte war Potrott. Gut. Dann habe ich dich ja erlöst. Oh Gott. Obwohl ich würde das auch gerne mal in ein Soling mit reinnehmen. Irgendwann werden wir in ein Soling mal wieder spielen. Eine normale. Also die nächste wird ja nicht normal. Sagen wir es mal so. Auf der vierten Generation. Dann würde ich unbedingt mal Pokémon wirklich reinnehmen, die ich sonst nie so nutzen würde. Du. Ähm. Ich glaube, davon hatten wir schon einige drin. In den beiden Solings. Deswegen spielt man ja auch Soling. Ja, aber man Da sind zwar auch immer wieder mal Pokémon bei, die man gerne mitnimmt und es gibt auch Pokémon. Aber man hat ja auch einfach gerade am Anfang Pokémon, die man ne? Mhm. Nicht unbedingt mitnehmen möchte. So. Dann gucken wir doch mal. Drei Pokémon hast du. So. Oh, nö. Was denn? Ich habe eine Psycho-Arena. Oh, das wird böse. Popita Knirscha? Ja, schon. Da hast du recht. Also wäre schön, wenn es schon Despot wäre, aber im Prinzip wäre das so jetzt die Variante, die du nutzen könntest. Muss ich gleich Viola mal von vorne wegnehmen. Aber das erste Pokémon war Abra. Oh, nein. Oh, nein. Todes-Pokémon. Was denn? Ja, Psycho-Pokémon, Todes-Pokémon. Nenkt mal nach. Simsala? Ne. Bin ich raus. Wien, genau. Alter, meine Arena könnte sogar korrekt sein. Gift. Ich habe einen Blutzuck gerade als Gegner. Ah, aber Blutzuck ist doch ein... Käfer-Gift. Bitte, bitte geh weg. Bitte geh tot. Bitte geh tot. Bitte geh tot. Ich habe entweder eine Käfer oder eine Gift-Arena. Oh, Glück gehabt. Wenn ich vorhin genau sehe, dann kommen erstmal die Schweißperlen. Ja, kann ich auch verstehen. Ich glaube, das wird, je nachdem, was sie jetzt hat, wieder ein... Ne, sie hat Gift. Das siehst du mal. Sie hat Gift. Ja, Gift-Arena. So richtig. Das war doof. Ich habe nichts direkt gegen Gift, wo jemand durchgehen könnte, außer Werder. Aber Werder kann auch keine Bodenattacke. Und gegen ein X-Bad kommt es dann auch nicht an. Also es ist... Oh, das ist doch dämlich. Sehr gut gemacht, Pritzel. Ich hoffe, das war das einzige, wo Ingeno, was ich hier sehe. Also ich habe eine Gift-Arena und das ist ja auch eigentlich korrekt für diese Arena. Ne? Autsch. Vielleicht nicht immer die Pokémon, die die einsetzen, aber prinzipiell... Na, ich kann nicht mit Pupita hier durchgehen, merke ich gerade. Ja, ich werde wohl mit... Weil das eine Gift-Arena ist, wohl mit Bourbon hier durchgehen, weil viele Pflanzen und Käfer wahrscheinlich kommen können. Definitiv, glaube ich auch. Weil es gibt noch Lusho King. Lusho King, Lamos... Und Dings ist es auch... Sag mal, Fleckmann ist auch schon zu gut. Also kann ich nicht mit Pupita so ruhig stücken. Tja, wo steht eigentlich nochmal Janina? Ich glaube hier in der Mitte, relativ mittig, ne? Ja gut, die sind eh alle bei mir auf 50, von daher kann auch Bourbon hier durchgehen, einfach. Ist dann auch egal. Ja, ich dachte, ich mache jetzt mit Vio Limo erstmal den Rest, weil ich meine, die sind Level 30 bis 35. War hier links auch jemand? Ja. Meine steht relativ weit am Ende des Gangs. Aqua Knarre. Jetzt mal ein Schluck Kaffee. Ja. Mein hat gerade leer, ich muss mir 9 holen. Ich muss auch gleich nochmal 9 kochen. Ja, Vio Limo ist Level 1. Och Gott, ja, jetzt kommt doch die tolle Attacke. Nee, lass mal. Weißt du, Geist ist gegen Geist sehr effektiv, ne? Gut, dass Bourbon Spukball kann. Stimmt, Gengar und so gibt es ja auch noch. Gengar. Also eigentlich habe ich hier eher eine bunt gemischte Arena, wenn man es so sieht, ne? Ja. Zwar alle irgendwie mit dem Geist-Typen, aber... Mit Gift. Äh, mit dem Gift-Typen, aber... Ja, Gift hat auch viele Variationen, ne? Aber erst später. Schade, dass es sich noch kein Tandrak gibt. Äh, das ist doch Gesteinswasser, oder? Nee, Tandrak ist Gift. Ach, das Drachengift. Drache. Erste ist Wassergift und die Weiterbildung ist Drachengift, ne? Irgendwie so, ne? Ich finde Tandrak geil. Oh, könnte... Äh? Wie war das noch mit Pupita? Kann ich hier durchgehen? Könnt ihr mal aufhören? Alter, willst du mich... Äh, Tentoxa. Oh, oh. Was? Autsch. Mach nicht so viel. Nein. Gut. Wie viele Pokémon eigentlich Gift als Zweityp haben, ne? Schon hier, ne? Mhm. Also, das ist eine bunt gemischte Arena hier gerade. Ja, ich habe einen Rossana gerade vor mir gehabt, deswegen habe ich gerade so ein bisschen Sorge gehabt um Pupita. So, wer ist jetzt Janina, die unten steht oder die rechts in der Mitte steht? Die rechts in der Mitte steht, die ganz unten ist auch nochmal eine andere Trainerin. Gut. Ja, ich wollte das nur witzeln, damit ich jetzt nicht in den Arena-Kampf stolper. Ja, den kriegt, äh, nächste Folge erst. Nein. Wir haben eh schon heillos überzogen und ich bin gerade in den Arena-Kampf gestolpert. Oh, super. Die links unten ist die Arena-Leiterin. Achso, ja, dann musst du jetzt warten, ich bin ein normaler Trainer. Ich habe auch nicht auf den Text geachtet. Ach, wir können die Folge... Oh, nein. Nein. Obwohl, mit Bonatak keine Ahnung. Doch, Leute, wir können es trotzdem in der nächsten Folge machen. Wir können ja jetzt den Text einfach wegdrücken. Also, in der nächsten Folge machen wir den Text, so. Und du willst einfach pausieren? Genau, und ich habe jetzt... Okay. Warte, nein, 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 stopp. Ich muss noch den Kampf vielfältig machen, Kollege. Ja, dann kann ich aber doch schon kämpfen. Nee, den Arena-Kampf soll doch nicht. Nein. Den machen wir zusammen. Aber ich bin noch... Nein, ich muss jetzt auch warten. Ich bin im Kampf gegen Nido-King. Alter, ist die schwach. Ja, aber jetzt machst du schon Arena-Kampf ohne mich allein. Das ist ja nicht schön. Nein, ich mache gar nichts. Ich bin im... Lurak und Nido-King stehen sich gegenüber. Fertig. Ich wollte gerade sagen, ich denke... Alter, sie sind wirklich drei vor ihnen genau. Ganz unten links ist das. Da muss ich jetzt noch das Rossana hier wegputzen. Was ist Unlicht jetzt nochmal? Unlicht war jetzt physisch, ne? Oder speziell? Speziell leider. Es wundert mich, dass Pupita so viel Schaden macht damit. Ja, es ist halt total dämlich eigentlich, dass das... Weil bis Knirschen sind alles physische Attacken, weißt du? Ja, Leute. Unlicht ist natürlich speziell. Aber bei uns fehlt dann einfach nur noch eine... Nee, die ist ja noch gar nicht. Ach, Quatsch. Ach, guck mal, ich bin auch schon direkt vor der Arena-Leiterin. So, im nächsten Part will ich dann mal den Text vorlesen, den Pelopop weggedrückt hat. Weil ich dachte, das wäre die Trinnerin. Und dann... Passiert. Sehen wir uns im nächsten Part wieder mit einem actiongereichen Arena-Kampf. Bis dann. Bis dann. Tschau. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.